Hey und Willkommen zu einem neuen Clash Royale Video auf unserem neuen Kanal 4Watch. Mit dabei habe ich den Hendrix, meinen Bruder Johnny und LongFan, also LongGamer. Heute wollen wir eine neue Challenge machen, also unser zweites Video auf unser Kanal. Jeder tut ein Video starten und wir machen 2 gegen 2 Duo. Heute oder morgen wird GTA kommen und Johnny hat schon gestartet. Ich fange mit meinem Bruder an. Also kritisiert bitte nicht mein Deck. Meine auch nicht. Okay, was hat mein Bruder für ein Deck? Was hast du denn? LongFan? Hast gerade... TeamSpeak. Okay TeamSpeak. Johnny TeamSpeak. TeamSpeak. Schießer. Oh scheiße. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nein, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Okay. Fakt 2. Wir haben gewonnen. Mit mir wird mir gewonnen. Leute. Ihr könnt... Also unten bestimmen, in den Comments, wer halt... Wer ihr schätzt. Also jetzt nicht vorspulen. Gucken einfach, wer wird gewinnen. Ja. In der ersten Runde. Und in der zweiten Runde. Jimmy und Johnny haben gewonnen. Nein, nein, nein. Der Päcker, der Päcker kommt noch. Der Päcker kommt noch. Oh, ja. Ein Win für uns. Juhu. Auf den Geld. Der Päcker kriegt aber wirklich schnell. Ja, richtig schnell. Jetzt geht's auf Runde 2. Und äh... Deck wechseln. Deck wechseln. Ja. Und wir haben noch eine Regel gemacht. Jeder nur eine Legendary. Außer ich. Ich bin jetzt mit Hendrix. Ja, okay. Oder mit Long Gamer. Okay, ich nehme mal Long Gamer. Okay, dann Long Gamer. Komm. Warte. Du... Du bist Enterprise-Präger. Okay. Du bist Enterprise-Präger. 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 Oh, ja. Los geht's. Ja, okay. Wenn ihr diese Stimme hört, dann ähm, juckt es, ähm, juckt die Stimme. Ich... 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 Nein, 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 nein. Nein! 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 Nee, die Riesen überwand kannst du auch nicht. Ja. ja ich glaube wir haben auch noch eine chance wenn euch das video gefällt und noch mehr videos von dem haben wollt dann smash den daumen nach oben abonniert unser kanal ja und er ist klar Nice push. Ja, nur. Setz. Juckt uns nicht. Juckt uns nicht. Juckt uns nicht. Juckt uns nicht. Juckt uns. Juckt es nicht. No way, no way. Versuch mal alles. Oh nein, doch nicht. Ich vergiss, ich vergiss. Er ist der Bubischütze. Nein, die Schärfe. Start mal in Brust. Ja, mach gut. Okay, wir starten. Los. Was haben Sie denn vor? Heute. Leute, was? Das ist ja... Okay, heute ist es Zeit. Ah nein, es geht doch nicht jetzt. Nein. Nein. Jimmy, hast du Rakete? Nein. Wenn ich würde, dann hätte ich es schon gesagt. Ungetan. Alter. Henker. Sunder mir. Oh nein, Hen. Hängt jemand schon zu? Nice. Okay, gut. Nein, nein. Die Vierer... Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Die Viererbogen schützen, die Viererbogen schützen. Ja, das fehlt. Nein. Doch. Egal. Jetzt muss ich nur noch mit Henry gewinnen. Ja. Oder ich. Nee. Nee. Nee, komm schon, Johnny, wir kriegen die Viererbogen schützen, okay? Okay, warte, ich muss mir erst mal kurz ein Deck machen. Nur mit einer, Lecci. Mhm. Oh, fast. Okay. Okay. Dann nehme ich... Okay, ich nehme einfach runter. Oder? Ja, bitte. Ähm, ich muss mir kurz ein... Wir werden jetzt vielleicht verrecken. Wir werden jetzt vielleicht verrecken. Ich dachte schon mal, okay? Ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Du, 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 du... Schreibt jetzt... Hashtag-Allo in den Kommentaren. Wippies. Von Overwatch. Okay, echt. So, okay. Wenn ihr... Wenn ihr irgendwann mal Overwatch sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben und abonniert unser Kanal und schreibt das unten in den Kommentaren. Daumen nach unten oder so? Daumen nach oben. Okay, Daumen nach oben. Jetzt mach mal schnell ein... Ich kann nicht. Ich muss kurz dieses Deck machen. Ey, du hast zu viele Legis. Nein. Ich tu die gerade weg. Was? Nein! Na, Scheiße! Nein, Philipp! Der... Ähm... Wer ist zum Teufel Philipp? Hast du gerade Philipp gesagt? Das hat Philipp gesagt und ich kippe. Leute, das war gerade echt gefehlt. Kick ihn jetzt. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihn zu kicken. Wir müssen erst gucken, wie gut der ist. Ja, wir müssen erst gucken, wie gut der ist. Ich guck kurz. Ab welcher Arena kicken wir ihn, wenn der Arena 6 ist? Nein, das ist dann voll unfair. Ach, das ist erst Arena 6. Ey, der ist doch jetzt ja richtig geworden. Wie viele Legendaries hat er wieder gemacht? Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, ich kicke Chris. Warum Chris? Lass ihn doch! Chris! Lass ihn doch! Der ist aber nur 2! Lass ihn doch! Egal, ich guck jetzt einfach zu. Uh, 15 online. 15 online? 15 online! Ich hab 43 Prozent. Und Henricks. Okay, dieser Kampf zählt nicht, Leute, okay? Ich guck auch nicht, welche Decks die haben. Philipp und Long Gamer werden gerade gewinnen. Ich darf aber nur gucken, was Long für ein Deck hat. Wie gefällt euch die Animation? Ja, die Animation, was Henricks getan hat. Aber leider hat Henricks für die Menschen selbst gesprochen. Ja. Ja, wir konnten nicht. Eigentlich wollten Johnny und ich eigentlich noch die Stimme machen. Und jetzt machen wir den ultimativen Endkampf. Warte, warte, ich reibe kurz. Wir machen Folge. Und dann? Nein, nein, nein. Nein, 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 nicht. Kenkel, Kenkel. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay. Ey, ihr drückt dann alle gleich drauf, okay? Ich mach. Nein! Ja. Scheiße! Es ist Philipp. Nein, nein. Philipp! Nein, er ist nicht. Nee, lassen wir sie gewinnen, Jimmy. Ja. Ich hab den Hogruiter gefilgt. Damit der auch Motiv hat. Das nächste Duo mache ich dann, okay? Long to Tricks auf die Linke und Henrik auf die Rechte. Was zum Teufel mache ich da? Lass sie doch einfach gewinnen. Wollte ich ja, aber ich kann... Ich habe es riskiert. Hey, du hast mal ein Denkgeschaut. Hey, wo ist mein Joghurt? Warte, Henry hat das Spiel verlassen. Ich habe das Spiel nicht verlassen. Nee, er hat nur Kronen gesammelt. Ja, ja, dann halt so. So, 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 so. Ganz easy. Easy win. Easy peasy. Easy schmeasy. Pass auf, Johnny kann zuschauen. Ich habe es riskiert. Okay, ich mache, okay? Hast du Philipp rausgeschmissen? Ja, weil ich kann. Okay, du kannst das. Linke Seite! Ach, dein Ernst, Johnny. Henrik, Henrik! Ja, Mann! Warum, Henry, der Philipp ist doch eh nicht mehr drin. Ja, trotzdem. Das ist mein Philipp, mein alter Freund. Geh weg, Tim. Aber wo ist die Fresse? Wo ist die Fresse? Die Gott verpiss dich. Äh. Der schneide mir safe aus. Der hat echt solche... Der hat echt... Der hat echt... Der hat echt... Der hat echt nicht so heißen. Nein, äh... Ja, der kennt echt nichts dafür. Irgendwie tut es dir mir leid, dass deine Freunde so heißen. Ich habe wenig... Teil Minibäckers! Du-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! No! Spielverderber! Ja! Spielverderber! Warte, das bin ich! Leiden, weh doch ab! Boah, okay! Ich habe nichts andere, Sata. Ja, Sata. Unser Dom. Guck mal, wie wir unser Dom schon angeleitet haben. Jungen Sohn. Eis Gollum ist der ist der bester Busch John, Sohn, was ist mit dir los? Nichts und dir Mir auch nichts Er hat den Turm Die Bomberadios Und Wenn ihr mal hören wollt, wie wir singen dann lasst den Daumen nach oben Sing, sing, sing No Jetzt singst du noch Und jetzt Ja Wir werden verlieren Ich hab nie gesügt, Leute Ich hab nie gesügt Ich glaub ich bin der Letzte Da bin ich Ich bin der Zweite Nein Ich glaub ich bin der Zweite Komm schon, Johnny, lass uns kurz starten Mach ich Aber Nein, komm ich nicht mehr Nein, ich geh nicht mehr Henrik, du brauchst ne Umfrage dann Ja Weißt du wie? Sind die schlechte Clash Royals Spieler? Nein Nein Nein, du musst schreiben Ähm Wer war am besten von uns Okay Das müssen wir auch schreiben Das müssen wir auch schreiben Nein, das müssen wir nicht aufhören Was? Ist das heute nicht aufhören? Ist das heute nicht aufhören? Wieso? Warte mal Ach, Elixir war drauf Warte mal Warte mal Nein Als Gollum schaffst du nicht Hast du einen Zauber oder so? Egal Ja, dann setz sie doch Egal Egal Sitz Und los 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 Nein 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 Schießer Was? Okay, gut, die haben Fokus Nein 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 Stopp Okay, ich bin erster Nein Ich bin erster Ich hab jeden Spieler gewonnen Warum haben wir das nur nicht abgewehrt? Ich bin die BF Ich bin die auf jeden Fall nicht der Letzte Okay Oder? Jeder schreibt seinen Platz Nee, nee, nee Ich bin... In den Chat Jeder schreibt den im Chat Jeder schreibt den im Chat Ich hab nur einmal gewonnen 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 Zweiter Platz Wie viel... wie hast du gewonnen? Ich? Ja, dreimal Dreimal gewonnen? Du? Einmal wie du Okay, dann sind wir als dritter Ich bin erster Okay, ich bin erster Okay, ich hoffe die Folge hat euch gefallen Jetzt meldet den Daumen nach oben Abonniert unseren Kanal wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt Und... Haut rein Und... Ciao Ciao Leute